Hallihallo, Hallöchsen, liebe Rambazamba-TV-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Papa macht's heute im Selfie-Style, ist aus dem Urlaub wieder da. Und ja, das war schwierig. Im Urlaub, ich war nur ein paar Tage weg, zwei Videos hochzuladen. Ich weiß nicht, warum Facebook, Instagram und Co. diese ganzen Social-Media-Geschichten und unsere App in diesem Ausland so blockiert wurden. Keine Ahnung, ich habe Beiträge hochgeladen, die kamen erst fünf, sechs Stunden später. Ich habe die dann zwei, dreimal hochgeladen, weil ich gedacht habe, da stimmt was nicht. Egal, ihr habt es gemerkt. Dafür erstmal Entschuldigung an dieser Stelle. Wir werden das das nächste Mal besser vorbereiten und uns besser darauf einstellen, was da im Ausland so läuft. Egal, euch wollte ich erstmal alle schöne Pfingsten wünschen. Ein schönes, langes Wochenende. Erholt euch ein bisschen und macht ein paar schöne Sachen mit euren Lieben. Und ja, wir haben für kommende Woche schöne neue Videodeals. Bis dann, schönes, langes Wochenende. Euer Alex und macht's gut. Tschö.